Wir lieben die Pemmerer! Ja, ich würde mich Lazy oder... Ja, keine Ahnung, kann auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall für Nintendo! Weil immer Nintendo spielt! Weil immer das Nintendo spielt! Weil man Nintendo spielt! Ja, aber das gibt's nicht für Nintendo! Egal, wir zocken jetzt eine Runde, komm! Ich bin hier der erste Player! Du musst doch mal auf... Geh mal hier raus da! Geh mal hier raus! Auch genügt! Auch genügt! So! Ich mach mal hier Licht aus! Mal hier! Kamera Licht aus! Du hast jetzt... Ja, ich hab ja was zu sagen! Wo ist es, Junge? Wo ist es? Äh, jo! 12 Millionen Milliarden! 12 Millionen Milliarden! Digger, Digger! So! Zocken wir mal! Aber gibt hier... Ich hab hier schon alle kein KW frei gespielt! Könnt ihr euch mal angucken hier! Wir wollten es ja nicht spoilern, aber jetzt habt ihr es eh gesehen! Von daher ist es egal! Komm, ich stelle! Dann gibt nichts, ciao! Nur mit denselben! Guck mal! Klassische Duell! Oh ne, Mann, hier wird's schönes! Mal zum Einstieg! Also die Steuerung, ähm... Nach hinten drücken ist blocken! Ähm... Was gibt's noch? 3K und 4A und Kreisdrehen! Es gibt halt verschiedene starke Schläge! Das Spiel ist 2D, so wie es sein sollte! Ich find's persönlich besser als Tekken! Weil Tekken ist immer 3D, aber da sind ja die meisten geteilter Meinung! Ja, Tekken ist fetter! Auf jeden Fall! Naja, ich find Street Fighter geil da schon immer! Äh... Hier ist einfach... einfache Kombos, äh... schnell drücken und, äh... viel blocken und... einen Backbampsen sozusagen! Okay! Fangen wir an hier! Raaarrr! Raaarrr! Ich bin linkskannen! Ich kann das gar nicht mehr! Ewig her! Geht nur noch! Ah, okay! Alter! Junge! Feuerball! Ich kann kein Mogokloppen, Junge! Soow ein Feuerball! Guck! Guck! Der ist Shadow, genau! Der ist Shadow! Ich hab immer Shadow, jetzt! Okay, ich weiß nicht mehr, wie der geht! Okay, ich weiß nicht mehr, wie der geht! Komm doch! Fasch! Nein! Scheiße! Aber guck das mal an, Alter! Ey, gibts doch nicht! Hört doch runter auf jeden Fall! Aber warte ab, ey! Guck mal, wie geil, wie eng! Steh auf eng! Achso! Arschloch! Weg erstmal eine Kante, oder? Achso! Dein Neu mit deinem Feuer! Oh mein Gott, das blöde! Latja, Wasser, Junge! Kann Wasser schießen! Da kenn ich mich nicht mit aus! Alter! Ja! Wenn man diese schwarze Attacke macht, also die, wo ich gerade so geläuchtet habe, dann kann man damit kontern. Das heißt, wenn er mich dann schlägt, kann ich einfach loslassen. Und dann kriege ich den Tritt, wie man jetzt links oben da sieht, das ist so ein bisschen ein weißes Anfang gewesen. Dann kriege ich die Leben, die er mir eigentlich abgezogen hätte, langsam wieder zurück. Also nur so... Ja! Junge! Fahrt den Feuerball, Junge! Feuerball, Junge! Aber ich hasse das Spiel, aber es fangt mich voll ab, Alter! Voller zuhörl durch, Junge! Aber ich schrie auf Deckenhabe ein bisschen, ja. Ja, ich schrie auf Deckenhabe ein bisschen, ja. Ja, mal gucken, ob ich Deckenhabe auch noch mal wieder drauf ist. Muschi, Junge! Ja, ich hab gewohgekloppten, Junge! Ja, deine Mutter wohnt. Da kenn ich mich mit aus. Aber! Okay, nächste, dann können wir hier mal den Char wechseln. Da ist der Wange gedrückt. Ja, willst du denn? Ja, danke! Okay! Warte, nimm mal den mal. Ich nehme mal hier den Zitterhal. MC Zitterhal! Nimm mal den Bison, das ist auch gut! Bison, Junge, Bison! Omega! Oh, follow New Vegas! Follow New Vegas! Zocken wir auch bald! Ja, bald! Und nimm mal hier, was ist denn hier eine schöne, hier unter der Brücke? Wir müssen noch Killzone! Die Killzone kommt noch! Ja, Killzone 2! Musch aber erstmal durchzocken. Aber wir sind erstmal hier über Street Fighter. Durchzocken, Alter! Kann ich dir jetzt noch erklären, worum es geht, ohne Scheiß? Ich kenne mich voll mit aus mit dem Teil 1er. Und ich denke mal nicht, dass... Mit dem Teil 1er! Ich denke nicht, dass ich halt irgendeine Pause erst verändert habe. Ja, die haben einfach das 1 genommen und auch Playstation gemacht. Genau! Ja! Richtig gut! Wir saßen so Professoren und die Playstation 3, und haben so lange die CD reingeschoben, bis es funktioniert hat. Also von Gomez gehört, die sind jetzt immer noch zacken. Von Gomez? Ja. Und von Rügel. Scheiße! Oh, fetten Hit, Guckabba! Ich geb dir immer einen fetten Hit bekommen. Ich küsse gleich mal Hitze als Dieter Bohlen, Junge. Wow, Junge! Ich glaube, ich verhoffle, oder? Komm, drück doch ganz viele Tasten auf einmal! Hab ich vor! Mushi! Ein Monoglub, Junge! Ja klar! Ey, das ist ein Monoglub, Junge! Jetzt du mal! Oh! Oh, 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 oh! Was ist das mit dem Bullshit-Kacki, ey? Schau mal! Ich schwirb... Du zockst mit Stoik, Holz? Warte mal, ja. Ich zock immer mit Stoik, Holz, da kriegt man die besten Plasen von. Warte! Keine Ahnung, ich frag mich was aus. Warte! Warum schweiß ich die ganzen Sachen immer weg, den Idiot, Alter? Ja, weil du da drückst, da kann ich ja nicht! Ja, aber was bringt mir das, dass er die Dinger da wegwirft? Weiß ich ja nicht! Ich weiß nicht, wie dem so ein Ulti geht, Alter! Ja, aber ich weiß auch nicht, wie beide geht. Oh, Alter! Vorhin der Lube-Battles! Ich frag mich vorhin einer, mit dem ich zocken kann, Alter! Oh, was war das denn jetzt für ein hartes Fail, Junge? Aber beide, der eine hüpft da rum, der andere trifft nicht! 100% Win! Alter Falter, Alter! Falter, Alter!